Ich heiße Ralf Nunzig und bin Trainingsleiter im Park Training Center in Nöttingen und heiße Sie herzlich willkommen. Sie sind auf der Suche nach einem guten Fitnessclub und fragen sich, welchen entscheidenden Vorteil kann Ihnen der Park bieten. Wir bieten folgende Unterschiede an. Unsere völlig andere Herangehensweise an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden, ihre Fitness und Gesundheit nehmen wir sehr persönlich. Sie sind bei uns nicht nur eine Mitgliedsnummer, sondern eine wichtige Person. Das ist für uns nicht nur ein netter Slogan, sondern ein Versprechen, dass wir Ihnen eine Lösung für Ihr Anliegen präsentieren und nicht nur Fitgespräge zur Verfügung stellen. Bei uns entwickeln Sie in maximal 180 Tagen die Gewohnheit, lebenslangen Sport mit Freude zu treiben. Ein Versprechen, das Ihnen sonst niemand gibt. Diese Antriebsfähigkeit vermitteln wir Ihnen auf eine Art und Weise, die nur sehr wenige ausgesuchte Fitnessstudios beherrschen. All dies ist wissenschaftlich hinterlegt. Trainingsmethoden genau anhand Ihres individuellen Trainingsziels. Ob Sie Schmerzfreiheit, eine bessere Figur oder mehr Lebensqualität möchten, wir bieten Ihnen die Lösung. Eine ganz besondere Sache, die uns auch ganz stark am Herzen liegt, ist die Herzlichkeit. Bei uns werden Sie herzlich begrüßt, herzlich empfangen und herzlich verabschiedet. Denn nur in einem Umfeld, in dem Sie sich wirklich wohlfühlen, sind Sie auch bereit, Training und Bewegung mit Freude zu machen. Wenn all dies Ihnen wichtig ist und Sie einen Anspruch an Qualität haben, dann sind Sie bei uns völlig richtig. Und wir, das gesamte Parkteam, freut sich darauf, Sie in unserem Studio herzlich begrüßen zu dürfen.